Ja, dass wir jetzt mit Metallen passen. So, den Nitro habe ich auch. Wir würden einfach schon mal ein ganzes Arsenal an den Viechern zusammensammeln. Ja, normal. Nur um sagen zu können, wir haben sie. Ja, damit die anderen vorne ein erblassen. Welch anderen? Äh, Computerecke. Aha, okay. Wollen wir kurz rein. So, ich habe jetzt... Eigentlich habe ich jetzt schon mehr... Oh, Lava. Oh, fuck. Ich habe jetzt zum Lava zu bauen. Das ist nicht gut. Ja. Gegrillte Flederbaus, wer will gegrillte Flederbaus haben? Heute zum Angebot. Ja, gerne. Hm, was kostet ein Kilo? Ein Kilo so fliege ich nicht. Achso. Wäre sein können, dass du eine Gemästete bist. Da unten liegen ganz viele Erfahrungspoke. Lass das sein. Das sind meine. Hahaha. Mann. Aber ich bin doch gerade mal Level 0. Ja, ich bin jetzt gerade mal Level 1. Mann, bist du alt. Ja. Uh, da liegt ganz viel Glowstone. Wenn ihr eine Wisp haben wollt, eine Warp, Wisp oder... Ja. Eine Wespe. Ähm, dann müsst ihr Richtung Süden gehen. Ist so ein braunes, gelbbraunes Gestrüpp. Das habe ich einmal gesehen, dann wurde ich aber angegriffen und da schon wieder ein Gas. Ja, ich bin ja gerade durch Neugier hingelauncht. Achso. Das hatte ich auch noch vor. Aua! Der Gas hat mich getroffen, dieser Wichser. Scheiß Michelin Männchen. Ja. Und, äh, um zum Thema zurückzukommen, wenn wir nämlich das Ding durch haben, äh, die 50. Folge, dann wollen wir ein bisschen noch mit Technik weitermachen. Unter anderem halt unser Terminal Expansion Raum ein bisschen ausbauen. Dann wollen wir den Industrial Craft Raum endlich anfangen. Und einen neuen Raum für den Computer bauen. Dann auch mit, äh, LAN und für jeden Computer. Und hast du nicht gesehen. Mann, ey, was trifft mich? Ah, diese scheiß Federmaus, die brennt. Nervensäge. Äh, Chris, aber das schaffen wir gar nicht zum hundertsten Folgen, was wir eigentlich vorhaben. Wenn's nicht. Ne, weil allein Industrial Craft und, äh, Gregg Tech wird nochmal 50 Folgen in Anspruch nehmen. Mann, ist bin ich wieder tot. Ganz toll. Scheiße. Weiße, sagt man nicht. Klar sagt man das, besonders wenn, äh, 3 Stacks, äh, Glowstone Staub verbrennen. Los, geh hinterher, spring in den Tod. Mann, dieses verfickte Gelegge immer. Ja, das nervt. Ich bin nicht sauer, nein. Ja, das kann man auch verstehen, deswegen. Hölle war eigentlich bis jetzt immer so ein bisschen unser Problem. Ja, das kann ich verstehen. Drecksloch. Dass du nicht immer so extrem rumspacken würdest, jetzt tut sich hier fast gar nichts. Hallo. Hallo. Alter, ist das ätzend. Loll, was ist denn das? Hiveblock. Ja, markier dir den. Boah, es tut sich gar nichts. Ich hab nur wie so ne, Diashow, geht das hier gerade los, ey. Was ist ab? Ja, es tut sich fast gar nichts hier. Besten. Meinst du, ähm, wie spät ist denn das? 23,56. Meinst du, du schaffst es, äh, kannst du auch noch irgendwie so 5 Minuten in der Oberwelt etwas machen? Ja, wenn ich es schaffe, da wieder hinzukommen? Stimmt. Puh. Alter, das ist behindert, ey. Ich geh nicht mehr in diese Hölle. Ich höre ne Biene, Mann, ich will die Biene haben. Glaub mir, die tun dir mehr weh als du, äh, als du, äh, einstecken kannst. Ah, das glaub ich auch ohne Rüstung und so weiter. Ja, muss ich gleich in Ruhe einmal neu ausrüsten. Haben wir nächste Folge noch dafür Zeit. Soll ich mal disconnecten? Vielleicht klappt das ja. Gern mal ausprobieren. Fuck, Alter, die Bienen, die sind ja komplett, äh, bald Dings hier. Was ist... Aaaaaaah. Yay, keine Rückmeldung von Minecraft. Uhu. Ah, geht doch. Was ist das denn? Piss dich. Piss dich. Der sieht cool aus, ne? Dieser kleine wandelnde Kakaofen. Uh, uh. Okay. Hey, jetzt geht's wieder. Juhu. Impfleder. Oh. Komm her, du Garst. Ich töte dich. Aaaaaaah. Stirb. Getötet. Ui, und gleich ne Garst hier getroppt. Mann, dieser ganze Glosson, den ich hatte, das ist voll ärgerlich. Äh, ist ärgerlich, aber es ist auch nicht so... ...Delten zerstören, sag ich jetzt mal. Doch, es ist ärgerlich, es ist ärgerlich. Ärgerlich, ja, aber... ...ist auch nicht so schnell. Dann will ich jetzt wenigstens eine Wespe töten, damit ich sie im Pool habe. Hab ich auch gerade. In welche Richtung muss ich fliegen, laut der kleinen Karte? Norden oder so? Ähm, du siehst dieses viereckige Teil da? Ich seh gerade eine Feuerfledermausse, die mich anzündet. Ich krieg zu viel. Alter, diese... ...verkackte... ...ist tot. Ähm... Wo muss ich hinfliegen? Wo willst du gerade? Ich helfe dir ein bisschen. Oh, Infernal Hive. Bist du die Kledermausse da? Ja. Ne, das sind die Firebird. Ne, ja, mit der konnte ich ja nicht fliegen, was ich total logisch finde. Ich versuche gerade... Ich bin auf dem Portal. Warte, ich... Ah, da sehe ich das Portal. Da bist du. Stimmt, das geht ja auch. Äh, Chris, in der Richtung, da unten ist auch noch eine drin. In der Richtung, da unten? Mhm. Was ist das denn? Ich muss mich mal angewöhnen, äh... Das ist ein Infernal, ein Hive. Okay. Das ist für Bienen. Ähm... Dann müssen wir auch mal gucken, wo wir damit anfangen. So, kommst du mit? Ja. Aber Schwert hast du, oder? Ich hab gar nichts, weil ich ja gestorben bin. Hast du zufällig ein Schwert für mich über? Äh... Oh, komm, wir nehmen erst mal meine Axt. Danke. Ach, hier ist ja der Hive, okay. Ja. Aber wir müssen aufpassen, die Picher, die machen echt viel Damage. Ja, dann werde ich gleich wieder sterben. In den Nether Wars. Wither Wars. Also wenn... Da das ja so extrem am rumschlabbern ist hier bei mir, werde ich garantiert sterben. Wither Wars. Wither Wars. Wither Wars. Wither Wars. Wither Wars. Was bringen die denn? Weiß ich nicht. Äh... Gar nichts am Kopf geht durch. WTF? Ich bin One-Hit gegangen! Wenn ihr den Wither-Effekt habt, nicht fliegen! Okay. Pff... Damit geht die One-Hit! 42 Level sind weg! Hohoho Ist ja nicht so, als hab ich eh schon genug zu tun Alter Schwede Aber ich hab's auf Band, ich bin One-Hit gegangen Ich glaub's dir Dammit, jetzt sind ja auch noch die ganzen Wesse Ähm, Aua Na, was, ich bin auf Rang 1? Mit Sterben? Nein! Was? You are Rank One on the server 28 Mal gestorben So oft? Bist ja schlimmer als ich Ich bin ja häufig unten bei Miene oder so und krepiert auch Achso Ey, immer wenn es leckt, ist dann die Sicht nach ganz unter, nach ganz oben Das ist echt nervig Ja, und ich geb dir mal einen Tipp Wenn ich auf Rang 1 bin, bin ich natürlich öfters gestorben als du Mhm Das ist so die Voraussetzung dafür, dass man auf Rang 1 kommt Ach nein Whist, lass mich in Ruhe, wenigstens so lange Danke Ah, meine Güte Ich werd nur meine Sachen wieder haben Nichts anderes Vor allem die Pickaxe auf der Core Achso Gut, aber die sind jetzt auch nicht so schwer zu kriegen Die muss man genau betrachtet Ähm Gut, mein Brustpanzer ist noch weg Ah, da oben wieder So So Und gleich wieder die nächste Willst du jetzt eine noch haben, oder? Also Also ich hab jetzt schon ein paar getötet Ähm Aber die sind nicht zu mir so rüber geflogen, dass ich sie Achso, ich hab eine Ähm, wo Gott sagen, du siehst das nicht Achso, ja, das hab ich gemerkt Und ich glaub, ich flieg jetzt mal schnell nach Hause Würde ich wirklich generell mal allen Ja, und jetzt bin ich gar nicht tot Weil ich mir dann helfen Ja, weil ich mir da nen Haufen Kruppzeug hinter mir hab Achso Mach ich auch Nein, ey, die sind missgeburten Was? Alter, wie viele hast du da hinter dir gehabt? Was, was, was? Viele Ich bin am Portal gestorben Mann Ich merk's Es sind zwei, vier, sechs, acht Wespen Warst du auf der anderen Seite, oder was? Die folgen mir gerade Oh, ähm, da ist gerade ein abgesprungen, pass auf Geronimo No risk, no fun Haben wir doch noch die dreiviertel Stunde Hilfe Ja, ich versuchte dir jetzt zu helfen Wo bist du denn? Hier oben Hä? Siehst du mich? Weiß nicht, bist du in normaler Gestalt? Oder bist du die Fledermaus? Fledermaus So, die Hälfte folgt dir Was? Ich hab noch vier und du hast noch vier Ich seh keine Ähm, vielleicht, äh, diese Fledermaus zufällig um das Portal Ja Dann bin ich das Hä, in welcher Welt seid ihr? Ich bin noch in der Hölle, ich bin tot Achso, ihr seid in der Hölle 3, 4, 6, 8 Super, jetzt hab ich wieder alle Ich komm rüber in der Hölle Ich dachte, du bist in einem normalen Fels Und ich geb dir nen Tipp, die Famine What the fuck? Ich bin sie los Alter! Hilfe, Hilfe! Machen wir jetzt hier ein Wettsterben oder was ist los? Nein, ich sterbe nicht nochmal! Da sind gerade Erfahrungspupel nach unten gefallen Weißt du, wie scheiße geil mit ihr Erfahrungspunkte sind? Aua! Man, dieses Gnecke, da kann man sich gar nicht mehr, Hilfe! Irgendwer anders hat jetzt die Viecher am Hals Ja, ich wieder So, es sind schon ein paar weniger, du Ja, weil ich sieben Stück getötet habe Ich hätte wohl nicht den Hai von denen auseinander pflücken sollen Alter! Ich hatte so viel Honigwaben und dann bin ich gestorben Alter, die sind schlimmer als Silberfische, Macker Ja und? Ich geh mal kurz rüber und lehre mein Imitter aus, dass nicht alles weg ist Wenn die gleich krank wird Also ich hab die jetzt gerade gesucht, ob die scheinen weg Ja, dann komm drüber Die Dreiviertelstunde müsste um sein Ja, haben wir gut Voll gekriegt Aua! Ah! Ich hab sie wiedergefunden! Soll ich noch wieder rüberkommen? Muss nicht Okay Willst du noch eine? Boom, tot Ach, da sag noch einer, Diamant-Äxte bringt's nicht Diamant-Äxte bringt's nicht Äh Hab ich gerade gehauen? Cool, aus Cooked-Im-Fight kannst du Cooked-Im-Fight machen Cool Komm, durch Ich würde da gerne wieder da raus gehen, aber das lag so extrem Da greifere ich nun Komm doch zurück, Alter Ich bin ja schon im Portal Einmal noch Räumchen hacken Räumchen wechseldich spielen Alter, diese verfluchte Hölle, ne? Ich bin doch nicht Ich bin doch nicht Warum schliegst du nicht in die Hölle? Ich bin doch nicht so oft gestorben, ey Alter, das war ewig, bis ich mal durch das Portal komme, ich bin immer noch nicht drüben Gut, aber das hängt wahrscheinlich klein zusammen Komm, ich zeig dir jetzt mal, wie Bäume verschwinden Nein Nein Ja doch, Chris, das kann man nochmal eben zum Schluss machen, aber bitte gezielt Du, ich mach das bestimmt nicht hier beim Holzlager, also Ja, wer weiß Keine Rückweldung von Minecraft, ich kotze gleich Ja, jetzt dreht hier wieder dieser Wartedonut seine Runden Der Wartedonut Boah, es ist sehr Hey, jetzt bin ich wieder Na, hallo, tut sich mal was? Also, hey, jetzt bin ich Hallo, tut sich mal wieder was? Also, die Map ist schon mal da, jetzt fehlt noch der Rest vom Ganzen hier Keine Ahnung Nur wird angezeigt, dass ich Obsidian angucke Ist schon richtig Alter, was ist das für eine Affenkacke Das kann Affenkacke Keine Ahnung Ich hab dich nur aus dem Portal geboxt Ja, Minecraft hängt jetzt schon wieder, es ist doch ätzend So, ähm, Tobi, möchtest du dich mal verwandeln? Äh, ja Marcel, sollen wir eben auf dich warten, oder sollen wir es zu Ende machen, und dann hab ich das Ja, kannst, äh, mach Videos für, am, Videos am besten Kannst du dir den ja angucken, beziehungsweise machen wir dann, wo bist du, Chris Ja, du fliegst grad von mir weg, oder war wir da? Ja So, dann kommt mal mit Kommt mal mit Äh, wen zieht's hier noch, außer mich? Die Zuschauer Ah, okay Ich würde gerne mitkommen, aber das geht nicht So, ich mach jetzt dann auf Kamera, Mann Die Kledermaus in ihrem natürlichen Territorium Warte mal So, erstes Portal Ah, ich hab's getroffen So, jetzt müssen wir hier ein Stückchen weiter zu den pinken Bäumen Wo ich unbedingt zeigen will, wie die Bäume verschwinden Ah, ja Stimmt, wenn ich dir eigentlich auf die Bäume fällen kann, Mann Ich bringe auch schnell Holz So, man betrachtet diese pinken Bäume in ihrer natürlichen Umgebung Ja Und tschüss Tschüss Das sieht zu geil aus Kann ich Komm, geh mal ein Stück weiter ran Zu geil Komm, geh mal ein Stück weiter ran, Chris Ja, so, mach mal weg Ja, und das ist nämlich schon ein paar Mal passiert mit unserem Lager Also, ey, ich weiß aber natürlich nicht, warum Das hat irgendeine unbekannte Person gemacht Darf ich mal raten? Ja, darfst du? Du warst es Genau Oh, hier ist Netherquart Da auch, äh hier ist Subsquart Oh, hallo Cripper Hallo Lavasee? Hey What the fuck, Alter Ich bin hier, glaube ich, schon acht oder neun Mal lang gefogen Ich hab noch nie den Lager gesehen Ich hab noch nie den Lager gesehen gesehen Egal, ab nach Hause Ja Dann würde ich mal sagen, Chris Ab nach Hause Und dann machen wir Schluss Ja, wir machen Du kannst Schluss machen? Ja, ich mache Schluss mit dir Wir haben jetzt zehn nach Na, elf nach Ja, dann passt es locker Ja, dann passt es locker Bin aber wahrscheinlich schon eine Stunde voll Ja Ja So Dann würde ich jetzt mal sagen Äh, wir verabschieden uns mal Oh Ja 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 Denn bis zum Nächstes Mal Auf Wiedersehen meine Freunde Diese Naja Äh, sehr sporadische Folge Der erfolgreiche Mining-Suche Ja, wo wir absolut Professionell versucht haben Ohne dass ihr es merkt Die Folgen einfach zu strecken Ja Jetzt merken sie Das hast du gut gemacht Ja, tut mir leid Ja gut, äh Dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal